und eine Heuschrecke nah an man in der wo er war und in der Augen noch mehr Silber er hat er nur noch um mann wenn man sich Goldkisten so machen will muss man denn muss man sagen die vorstufe feuerben machen oder kann man direkt springen man kann von eisen auf gold dann also man könnte jetzt nicht von von eisen könnte man jetzt nicht auf diamant also machen also muss man erst über gold und dann muss man noch was anderes okay verstehen was ergibt sind leider sind los springen noch mehr silber nachkommen einfach sehr mitnehmen können wir jetzt noch voll machen wir das schaffen oder was sagt er bei dir nicht es klappt haben aber wenn man auch nie mehr wie er kommt nach oben nicht morning 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 und sind in der richtung um in der nähe natürlich immer weiter weg warte du bist unter mir ein bisschen spaß muss sein warte bin da was meint doch nicht doch ich trau mich einfach hier durch jetzt 13 meter zunahme so nicht mehr das problem alter meine hände meine arme meine auch ekelhaft ekelhaft sage ich euch meine lieben ich rette dich ja dann hau mich jetzt weg ein lapis bitte bitte für sich das wäre ganz nett danke 1 1 40 ja gut dann darf es zurück nämlich nicht nur für dich ich nehme lieber das teure noch ein bisschen schönes habe ich da die wertvollen sachen rein jetzt wieder nach oben jetzt kann man machen aber ich meine herr befalle ob du nach oben gehst nicht ob wir nach oben gehen ich würde so langsam wieder nach hause abziehen können wir natürlich gerne tun wenn ich mich in andere mache ich gar nicht sofort wenn ich das mit dem hau einfach händeknacken aua ja ich sehe ein blaues ding beste ding ihr wer wievier komme hoch ich komme hier ja ich habe sie war auf vorrat auf tasche ich habe ja im rucksack jetzt hängst du damit an ich habe damit aufhört ja ich habe gewohnt mehr oder weniger wo ging es nun herr typ ein das ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren weil es einfach mal nur noch nass und spät ist nass und spät ja das ist die entschuldigung nass und spät neuer min schafft jahre eisen mitnehmen ich habe keinen kupfer gefunden großartig das verwirrt mich aber hier bin ich gerade vor allem fast verweckt ist doch hoch gott sehen muss ich noch mal jemanden fahren oh ja muss ich auch noch mal ich habe gar nichts ich habe keinen einzigen jemanden brauchen wir noch für relativ viel auch ne hast du koppel jetzt zwei stecks und er gibt mir noch ein drittes deck er hatte ich nicht im inventar ja ja lalala 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 bitte schießen die mich nicht mit koppel voll in diese richtung auf und davon auf und davon auch noch mehr öl voll ist gerade durch ein bad geschwommen und jetzt hier noch einer oberfläche von koffer koffer ist das für eine sprache ist es russisch doch nicht glaube ich mehr weiß ich riesen deutsch riesen deutsch also russischer was liebt dann mehr also ich glaube hier war ich schon drinnen ist die kiste 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 federfall federfall schmeißen hier bitte keine sachen nach mir dankeschön das ist eine wisp ich weiß weiß ich bin nicht mehr durch zufall hochgegangen und geht finde ich so ein ding mit total epischen sachen eigentlich was er macht weder fahr 2 fehler fahr 2 fehler fahr 2 und stärke 4 also nie ist noch nicht scheiße nach egal was war in diesem knowledge fragment das kannte später zu forschen verwenden da kriegt irgendwas raus eine unbekannte theorie kriege glaube ich raus nein egal ich bin immer da gelassen die muss dann immer noch weiter erforschen nice aber ich glaube ich weiß was jetzt mache ich mache mir gleich mal federfallschuhe nice brauchst du aber nur anboss für und da brauchen wir dafür anboss brauchen wir noch ne ja doch nur noch eisen also gefährlich gerade über die schlucht gesprungen so ohne dass ich gesehen habe gefährlich ich bin eben hier wo passiert ja ich war mir nicht mehr ganz sicher und es auch geht schon wieder wie sau alter dieses welt generieren ist ein ein graues oh ja oh ja egal wenn es erst mal generiert ist dann geht es ja was beim ersten mal das problem wollte ich meine pläne schüler leer schon zum dritten mal wieder auf auch gott wir machen wir haben so viel langweil um diese uhrzeit da kann man auch bessere sachen tun weiß was ich morgen mache wenn ich aufstehe aufnehmen ja was ich liebe tickel gar nichts für aber viel zu biest und ich bin nicht hast nie du bist ein kleiner penis das glaube ich nicht ein sehr kleiner das ist auch falsch das ist die komplett richtige antwort kompeter hast du mein hast den chancen eigentlich so aktiviert ist meine meine links mal noch läuft nein ok sollte aber eigentlich ich glaube ich auch 99 chance gestellt und das müsste noch in dem neuen schankton sein wo rennen sie denn hin wir gucken ob denkt was ist schon mal los tschüss kein bot mehr scheiße ich weiß ja ich weiß ja ich weiß ja ich weiß so eine seefahrt die ist lustig eine seefahrt die ist schön pass auf der ist ein Huhn hahaha mein Name ist es oh das wisst ihr alle gar nicht die es jetzt hören ey das ist total schade das ist also das wäre so eine epische aufnahme gewesen wäre hätte hätte fahrrad geht das denn nicht gemacht dann wäre es nicht gekracht Achtung seerosen aber das war gekonnt ausgewichen kein problem wenn du mir den weg stehst ne guck mich nicht so an alter ich glaube ich mache mir nano schäfer mit schärfen 5 der schäfer macht schon allein 5 herzen schaden krass steck aufgefuttert alle die anderen es gibt nur 1 der die gähne oh mann wahrscheinlich eine Steakie-Cam wofür wofür ich hab noch 400 Meter ach ich sehe ich sehe ich sehe da heiß ich bin derzeit am Stil meiner Träume ho und der Schank hat funktioniert weil die Bäume sind gerade gewachsen irgendwo irgendwann den forst ah Seerosen ich packe es mal alles hier rein machen wir es mal alles hier rein das ist auch kein problem für die Kompagnons also wenn du später kiste umräumen musst du Lager machen so dann sag Bescheid dann mach ich das mit der vorteil gar nicht kann damit hier blöcke bewegen ne 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 das ist doch quatsch ich muss ja auch noch mal ich muss ja die Kiste nach unten bringen oh oh bin da mal ein bisschen viel egal ich fasse hier rein zack zack boom Penga hat sich ausgewischt ähm ja Booty Booty na 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 was will ich jetzt eigentlich machen ich hab's wieder vergessen ich hab keinen Redstone gefunden scheiße du hast wirklich keinen Redstone gefunden? ne kein bisschen ich hab also guck mal unter dem Baum da liegt doch was und nach 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 Göttchen ja meine 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 äh ding ist es ist kiste ist fast voll schon wieder guck mal da unten ey unter meinem Baum den Redstone ey krass ey voll voll guck mal wie weit die Turt Turtel schon da unten ist ja hab ich grad schon gesehen das ist von lebensgefährlich ist was du musst die mal auslernen die Koppels dann kannst du wegschmeißen die braucht man eigentlich nicht ich hab auch noch hunderttausende Kisten davon voll ja wenn dann gehst du bei mir welche holen hunderttausende Stacks unten bei meiner Turtel sag mal Turtel du hast da 10 übersehen die holt hat die aus den Wänden raus du Depp ich weiß ich wir nicht ich weiß es gibt nur ein Ohr egal Alter ich erst nur einmal Nutella Scheiße wie viel viel Stacks Koboldstone und Erde hier unten sind das ist unnormal hm wenn wir mal noch eine kleine Kistchen nein keines Kistchen bauen Kistchen 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 bauen erstmal Ambos machen do it just do it ja 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 nein ich hab nicht mehr genug ich hab kein Eisen mehr also eine Eisen Kiste ist so groß wie äh Koboldstone Doppelkisten Doppelkisten stimmt Koboldstone sehr gut ähm einfach random was sagen wird schon richtig sein also mit drei Ohr und so und so noch 17 Dinger raus nehmen wir hier noch 17 Dinger raus dann haben wir schon fast wieder das Deck voll und wir wollen nämlich jetzt ein unsere erste Möglichkeit für Strom erzeugen das ist hier nicht richtig sondern hier dann machen wir hier das zweite Weg wie hieß das ähm Generator war ja gener das ist häufig ich bin jetzt vor unkonzentriert ich weiß gar nicht ob ich ja richtig übergeschrieben wahrscheinlich nicht ich durf auch hier ist ja doch Generator brauchen wir nämlich refined iron dreimal für eine AI batterie und ein iron furnace iron furnace das ist das einfachste gerade machen nämlich hier ganz normal wie in normalen furnace und zack mein iron furnace ein iron furnace ähm ja wie macht man diese crafting diese diese project tables muss ich auch noch machen ach guck mal das ist wichtig ja stimmt ich erinnern das ist nicht so wichtig jetzt ähm ähm ich komme ich mache noch mal ein ding jetzt schon mal nochmal in zwei ofen dann hat sich die sache auch ich bin ein bisschen kaputt muss ich echt sagen ja was soll ich sagen ja stimmt du wirst ja auch vor dem marathon heute ja kein ich bin kaputt nach der kurzen zeit ich brauche ein free trip schätze also ich muss für mich einfach mal einfach einfach iron braten ne ja genau so dann haben wir hier warte mal wie war das jetzt hier den generator und generatoren generatoren brauchen wir noch eine ai battery hier aufwirken kann man natürlich nicht warum auch er muss anders suchen da ist eine die hat gar keine linie und so die kannst anklicken das hat mich am anfang auch verzweifelt kaputt gäbe ich brauche dafür wabber rabber ich habe kein rabber ich habe kein rabber ne brauche ich doch selber ach das ist ja ärgerlich ey das ist ja ärgerlich scheiße alter ja erinnert habe ich auch voll erschreckt scheiße man ich kriege mein mama her erst mal was zu tweeter kannst du auch mal dings tun gehen bei ähm bei allen anderen die hier sind weil du wechselst oder so nach ja hab ich auch überlegt gerade wie war das wie waren diese komische tweet ich hab's vergessen wie ein waffen angeordnet wie eine waffe wasserhahn ein wasserhahn ich guck nach so gut ich hab's geschafft 19 ich glaube ich einfach irgendwo was ne das werden sie schon verstehen ich würde ja nicht gefängnis geben gefängnis gefängnis äh bei publika ich auch klar nur der bestimmt sowas ja doch ein schönes haus schon fast fertig die bauen erst ich mache erst technik dann haus die macht alle anders suchen oh oh war es richtig so ich hoffe es dann musst du gehen wir sehen ich habe zweimal zu geben wir sehen he 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 h hier ist ja nichts dran das ist natürlich schade unbedingt wababood saplings also wababkacke herwurst wenn du mal ein übrig hast dann kannst du mal spendieren natürlich im tausch gegen was anderes hat schon den wenn du mal ein zapling für wababood übrig hast ja habe ich das wäre ja ein tier bitte wie war das mit stick wie war das mit sich im braten oder so er in ofen dann kriege ich nur zwei raus war das ist ja ärgerlich aber kann ich alles machen jetzt gerade aber ein turtle schild aus letztlich gerade noch was klauen glaube ich möchte noch mal abbauen und neu machen weil ich aber schon klauen hat er bestimmt sowas was denn das computer wie computer ein computer was macht er damit kannst du bestimmte sachen machen gar kein kacke ist ja ja krass ich war gespannt was das wird er wird könnte schon gemacht ich habe wieder da eigentlich jemand ich habe da nicht durchgeblickt ohne scheiß kompliziert also wie geil das ist ja mal das ist ja voll geil aber passt auf wegen der copyright ja ohne ton ein copyright ist trotzdem am start copyright hat immer reiht der federfall jeder was brauchte ich jetzt eigentlich das komplett vergessen ich habe es komplett vergessen das ist ja traurig so ein copper key war ich für nur für so eine batterie bloß etwa 30 level und federfall drei schuhe sehr gut nicht sehr gut aber gut um 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 baufte federfall schule verbrüchern jetzt gehen sie über mich nicht mal ich bin gerade beim überlegen also zehn bräuchte sein möchte nur ein und nehme ich möchte mit der feste und danke einer kürzten braten mannö all gut tini tini tintin tini 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 ich muss ich mir gucken ich bin wirklich zwei wird so nach dass er auch hier mit redstone ich habe ja ein glück unter meinem unter meinem baum gefunden ich weiß nicht ob das aus dem baum gefallen keine ahnung ich weiß jetzt auch nicht du wirst schon recht haben ja heute auch noch wo ich auch noch so meinung kann aber nicht jetzt ach scheiße ich war noch kappa das ist doch kotisch ist das nicht gerade ich habe mich voller schrocken schaffe stinkt so hart nach scharf sie raus ja bis weg ja hier ganz einfach die kisten rüber und dann kannst du raus glaubst du bist du im boden ja ich rede mit meinen tieren das ist richtig ich auch immer richtig mir die kriegt du da du da du da du da du da ich muss hier enttäuschen glaube ich ich glaube das versteht dich nicht ich glaube ich nicht daran verstehen nicht wenn ich mit den regeln stehen alles kann das so ist ob das der so am meisten sinn macht aber ich mache das ist einfach so ich mich jetzt genau zweimal das scheiße obwohl ich mit zweimal dingens hatte und dann krieg mir auch diese batterie ist bauen indem ich einfach dass sie so anlegen das weiß jetzt noch hoffe ich doch mal eine batterie hier vorher jetzt war das so und so ein generator juhu suitable power nice weil ich das jetzt sind haben wir auch weder nehmen war einen generator jetzt ein wunderschönes ding uns noch einen leckweg können ist wo ich noch einen speicherpunkt also was zum speichern wo ich natürlich noch eine bad box eine bad box war ja alles andere ist mal nur schluss bad box wir würden sie schrieben ach so nicht weiter beate batter box genau ach du scheiße eine batterie box die ist nicht richtig was battery box nee da brauche ich noch mal ganz viel scheiße jetzt brauche ich noch wirklich copper hattest du jetzt noch ein setz ding dafür was hat es noch ein kopper setz ding kopper setzling kopper sei schon ich meine 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 er habe ich ja hast ich muss in dem ton gehen das wäre ja smartphones möchte ich gar sagen das wäre stars überwachen mann nein das ist kutsch da man das wäre so nett von dir so nett so wir abbauen ist ja kaputt gegangen toll nein doch nicht erst noch heise macht das eigentlich mehr sinn wenn ich den jetzt aufbau und dann wieder ausschlag sozusagen dass ich noch mehr settings krieger plan ich weiß ja auch nicht genau welche ist man hier mein mining hat hat noch 150 items wie ab meinen kann noch 500 oder nicht so weit keine ahnung wie viele noch mal genau heißt ich mach mit erstmal ein paar holz hier so geht auch nach der unten meine turtle bleibt stehen jern 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 das ist super nett von dir schon wieder du hast mir so viel geholfen heute was denn meine turtle eigentlich muss ich hier noch an wasser wird sich verarschen wirklich ja drei herzen macht doch kein scheiß kann ich scheiße und ich abbauen das ist nicht gut gar nicht gut nicht gut ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich blöd würde ich nicht so sagen aber vielleicht der eimer wieso kriege ich das setzling raus kacke ich zum köppchen noch mal hier nicht die fände nicht okay auch noch nicht mal da zwei eimer ins plan das ist ja wenn ich das erste möchte noch vor dem brain brain asker das auch so ich bin immer noch hier am hart am jahr das ist geil das gefällt mir sehr gut das sind jetzt machen mache ich hier freuen sprünge luke tasse gemacht ich habe rausgekriegt und wieder ein baum und wieder ein bisschen sticky sticky pistons naja keine wissen sondern das andere nichts mehr ja das ist natürlich schade aber egal heute mal den wieder abkriegen wir ein bisschen mehr draußen wahrscheinlich scheiße ja gar nicht mein wein warten okay schau was wir im letzten gefressen na gibt zu gibt zu nicht wenn ich schade 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 ja es verschwenderisch das machen aber naja der schade 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 okay 555 was anfangen da musste ich jetzt erst mal bei er über du bist drei machen wie waren die noch mal schwer vergessen ich bin ja sehr gut ein bisschen zinn ein bisschen ein bisschen ein bisschen wet stone und also was machen wir das hier kein problem 1 2 3 2 3 1 2 3 es reicht nicht 1 2 3 toll für genau einer toll erstmals mehr ein bisschen wie krimmage ich bin ein bisschen was hier aussehen hier brate ich habe schon was beraten wir doch ein stück wenn ich hier nicht berate aber ich berate doch hier muss und soviel wir brauchen kein zenten brauchen ganz schön box wieder die drei schimmer und dann brauchen wir noch achten haben wir schon fertig holz genau die kiste fällt runter legt mich doch das vergessen wir es war scheiße nämlich war das so das so nein so nicht so jeder fallschule verdammt praktisch und scheiß könnte sein ich hatte zwei jahr zu schaden bekomme ich würde ungefähr 30 runter gesprungen so kann ich die badbox direkt an den generator anpacken kann ich kein kabel ist egal warum musst du aber nicht das egal wie rum ja eigentlich schon also nie die bei das grüne muss dahin wo der ausgang ist also dahin wo der ausgang vom generator oder von dem wo du den strom hinhaben willst okay also mit was bei euch die ist aus holz mit mit spitzhacke oder mit axt bettbox kannst du mit spitzhacke kannst ist egal womit eigentlich ja ich meine ich das nicht so mega wertvoll aber aber es ist trotzdem kaputt geht so machen wir noch hier so einen ofen den elektrischen ofen man weiß ja nie was man was man braucht oder was machst du ich hab dazu nix aber kurz wenn man hier liefert ja nur aus einer man kann mit einem backbox nur in einem strom aus schalter machen ja dann mache ich lieber einen weg dann mache ich mit kabel nur dass ich noch das andere befeuert das ist mehr so weit wenn ich noch bauen werden sogar dann kann ich ja noch so rumbauen oder mich in zwei rumbauen kann man wenn man von ein kabel kann man zwei wege abführen never ja man kann das kabel spielten achs egal ich mache jetzt mal einen weiter und dann hat sich die sache hier hier so rum okay wie ist das andere dinge jetzt auch wieso brate ich eigentlich alles ich idiot eigentlich noch hätte ich doch voll viel das ist doch voll verschwendung egal ich weiß egal ich bin doch super 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 ich bin ja keine männer sehr gut nein wirklich ach verdammte kacke ich muss mir auch wie noch bessere schnur ich muss auch besser schnurren wirklich ach ich habe keine ich habe schon wieder keine war bewegung ich muss mal ich gehe mal ich glaube ich noch kurz mal auf kurze reise und ein paar bäume davon dürfen eigentlich nicht so selten sein es geht und ich glaube ich habe so einen die im umkreis habe ich glaube schon alle abgeholzt ich kann nicht mal kabel machen dafür mehr scheiße ist der ungeil was kommen was ist die quarry sondern die töte macht alles von so uns auch jetzt 12.000 Blöcke kann ich noch gehen 12.1260 Blöcke ok Schach ein bisschen Rolf 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 Blöcke Witz sich ärgern, ja witz sich ärgern Warum, womit denn? Oh, tschüss, wo ist die Augen? Ich ehrlich Der ist drölf, ey Ich mach diese drölf nicht so Er legst du nicht, ich schön Ich schön Oh man Ich schön Man kann doch für sich selbst eingenommen sein, ne? Oh man, ey Hast du schon erwähnt Oh man, ey Wir sind ja schon wieder so hässlich gefarmt hier Was soll das denn? Wer macht denn soweit? Ein Zombie macht sowas Nicht gut Steht ein Huhn am Strand und ist tot Steht ein Huhn am Strand und ist nicht mehr tot Ach boah Ach boah, sowieso erstmal nicht Erstmal brauche ich Gibt's im Dschungel auch Guava Wood? Ja, wa? Ja? Ist das hier Guava Wood? Das glaube ich Guava Wood Aber ich bin ja kein Guava Wood Ich will ja Ich will ja Satzlinge haben davon Satzlinge Muscheln Baum am Grasen Da hab ich ja gar keine Lust drauf Hatten hier so hässlich gebaut Ach hier, hier sehr gut Sehr gut, das ist gut Das ist gut Das ist gut Ist doch, ist doch hier, oder? Oh, das war mein Das war dann wohl mein Tree Trap Ich sehe schon mal ein Grundstück Wie wird das hässlichste und das effektivste sein? Das ist Oak Wood? Das ist Oak Wood Oh Gott, das ist Oak Wood Scheiße Kein Rava Wood Ich schwöre aber nicht den großen Baumangraben Da ist so ein komischer Knippel obendrauf Was für Knippel? Er fällt auf Wenn du das sagst, dann glaub ich dir mal Es sind zwei Blöcke Also von Stamm aus noch mal zwei Blöcke mit Blättern nach oben Okay Was suche ich jetzt? Holz, genau Ich hab Holzmangel, ey Ja, ich nicht Ich suche Guava Wood Oh, Spaß, ey Scheiß Dschungel hier, ey Alter, ich will pennen Ich glaub ich geh gleich pennen Ja, ich mach auch gleich aus Reicht aber auch langsam, wa? Die nächsten Wochen sind ja auch noch ein Tag Hä? Wollen wir nicht noch der C spielen? Ja, jetzt noch auf jeden Fall Hehehe Ja, und der sie war doch total toll bei uns Der hat ihn jetzt gefallen Ich mag der C auch Ja ich muss von peter angucken gerade auf ich hab's geguckt ich habe ich dazu gekommen du hast ja nur aufgenommen sagt meine als ich heute morgen hier in tss ankam war ein gewisser typ namens ramlus schon vorhanden und jetzt ist unweigerlich ein bisschen später geworden zwei drei minuten später ja und der ist immer noch da ipad ohne backup für dieses ipad wurde kein berg zum bi hat mich ja mal so zu mir an wie ich am lesen bin das kann ich was dann ich habe keine rabe wurde gefunden ich habe nur diesen ganz großen ich will die ganz großen aber wird sich abbauen wenn man wenn man noch bei hans bettabort kommen da fast nie setzen raus oder auch geht ich habe dann geht er schon ein paar mal gehört zehn zwölf mal eine robber farm ist gar nicht groß oder so ne ja aber du hast ja keine kacke für mich man sparstücke rosin ich hinkt fest hier ein letztes ding war es wird das zwingt sehr gut ich habe zwei haben ich bin noch ein ich habe es mir überhaupt eines kommen jetzt hier macht den wopper kommen die wopper das auf der feld ihr dann zu tief und verreckt beim fallen wahrscheinlich nur in einem baby mit wasser schäden wasser kopf wasser schäden kopf wo hast du jetzt gesehen nein ich meine dabei sind wir nicht mehr das weißt du nicht mehr davon ach so ja doch das mega baby ist eine map diese voll creepy war ich war das baby ja sehr einigartig ich bin auch mal was an der hand krepriert man hat auf die hand gefallen weiter auf jetzt mein gott weiter ich nicht mehr du nicht mehr doch ein viechern tummelt ich habe jetzt hier auch zwei setzlinge gefunden kann ich eine ganze menge mit anfangen und ein der gibt es für den apel und ein auf jeden fall obwohl er will gar nicht so sehr gar nicht so oft hier vorkommen in mein kopf also da muss man schon mal teilweise ein bisschen für den apfel bei den hardcore das schlimme aua war so hoch aber du hast einen neuen eisen hammer geil das sollte ich noch tun hier zum beispiel soll die dadurch wo ich schon mal war mit weihnachten mit meinen fackeln gedürft ich glaube ich schon ziemlich alle hüllen die unter unserem haus kann man kann man kann man kann man diese hier nicht so einfach anfangen das sind so eine dschungel so die doch aber weiß ich wie groß sie werden ach nee da kriegt aber auch kein rubber raus was das ist aber war war gut so scheiße was soll denn der kacke das mag ich wegschmeißen meinen viel zu großen mülleimer also groß ist mein grundstück genau oder nicht sehr gut ja egal das mache ich ich versuche das im nächsten mal okay hier wird jedes grundstück geladen was hier ist jeder chunk ist aktiv recht krass ja kringen das machte ich sogar weiter was macht eigentlich meine 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 turtle wenn die unten auf ob er den schluss auf network dann hört ihr auf da kommt die nach oben und hört auf macht das können wir weitermachen so das meinten später fällig hier mit badbox badbox ich habe hier in der ecke und dann schmier verschwendet was ich hoffe ich habe kann ich aufhören oder gleich heute auch auf okay dann sag ich mal bei meiner hausicht bis gleich oder bis morgen oder was weiß ich schließen ja ich schieße mich da gleich an auf wiedersehen okay okay